Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Aldol-Reaktion. Der Film gehört zur Reihe Reaktionsmechanismen. Als Vorkenntnisse solltest du sicheres Hantieren mit Formeln und Valenzstrichen beherrschen. Kenntnis des Mechanismus mindestens einer Reaktion, zum Beispiel der Verästerung, ist von Vorteil. Im Film möchte ich die Mechanismen von basischer und saurer Aldol-Reaktion vorstellen. Auch auf die Aldol-Kondensation werde ich eingehen. Der Film besteht aus fünf Abschnitten. 1. Bedeutung 2. Die Gesamtreaktion 3. Basische Katalyse 4. Saure Katalyse 5. Zusammenfassung 1. Bedeutung Die Aldol-Reaktion führt zu einer CC-Knüpfung. Das heißt, sie führt zum Aufbau der Bindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen. So gesehen ist die Aldol-Reaktion eine strukturbildende Maßnahme. In der Synthesechemie geht man meist von relativ kleinen, strukturellen Bausteinen aus. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com